Und Wir müssen uns ein Fahrrad nehmen, was nicht gegen die Mauer ist, damit wir direkt losfahren können. Gibt's hier Fahrräder, die nicht gegen die Mauer sind? Ja, das ist eine da. Da verrecken doch jetzt, da verrecken doch einige jetzt schon, denn ich seh's doch kommen. Das Fahrrad nicht kommen. Stehst du, ich seh's doch kommen. Ich, ich komm gar nicht rauf, wo das Fahrrad. Ne, wir müssen freistehende Fahrräder nehmen, wenn wir nicht direkt crashen. Guck mal, da rennt schon die ersten weg. Was geht jetzt los, oder was? Die ersten rennt schon weg. Echt? Was? Die haben doch gerade eben gesagt, es geht los. Ja, dürfen wir jetzt ein Fahrrad nehmen, oder was? Ich fahr jetzt, ich fahr jetzt weg hier. Los, kommt aufs Fahrrad, ab geht's. Ich kenn das gar nicht. Wo seid ihr denn jetzt? Verrückter Wichse. Ja, ich bin ja auf dem Fahrrad hier. Such die, such die zwei Schwarzen noch am Fahrrad. Wir treffen uns bei so nem Baum. Ich steh jetzt neben dem Busch mit dem Fahrrad. Aber dürfen Schwarz überhaupt Fahrrad fahren? Dennis, bist du der Schwarze neben mir? Nein, ich steh mit dem Fahrrad an der Straße. Die durften doch gar nicht reiten. Was macht er denn jetzt hier? Der Schwarze? Hä, wo ist denn hier ne Straße? Ich fahr die herum. Oh, ich fahr die herum. Ich fahr die herum. Jetzt geht's los. Bei nem Baum? Ja hier, ich steh mit dem Fahrrad am Baum. Wer ist denn? Bist du der Schwarze neben mir? Ähm, Floppy? Ah, bist du wahnsinnig. Oh, tut mir leid. Ey, ich steh jetzt. Ich steh jetzt. Oh, ich blute, ey. Das geht ja wunderbar los, Zito. Du blutest. Du bist voll in mir reingefahren, du Hirn. Achso, dann geh lieber noch mal in die Lobby und lass dich heilen. Äh, ne. Alter, ich check's nicht. Geht das jetzt los oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Aber anscheinend. Oh, jetzt hab ich kein Fahrrad mehr. Zito, ich de-abonniere dich, Alter. Geh gut los mit den Jungs hier. Hol euch jetzt und fahren ab, geht's. Wir müssen uns um Erfield, ab geht's. Ja, in welche Richtung? Warte mal, ich muss mal rauskommen, weil Zito mich gecrashed hat. Gib mir ein Fahrrad. Geht's jetzt los, mal aufzuck's? Weißt du, dass es hier lang? Ja, ja, es geht hier lang. Oder? Mein Fahrrad ist auch schon fast Schrott. Ja, ach warum wohl? Egal. Ne, das ist jetzt nicht mehr anders. Ne, das bin ich jetzt sehr. Okay, ja, ab geht's. Na mal schauen, wie weit ich komme. Man sieht, merke ich diese perfekte Organisation hier. Oh, ich glaube, ein Fahrrad ist schon zu Schrott. Fahre ich eigentlich mit Ego oder wie? Ich bin schon, ich bin schon so langsam. Ach du Scheiße. Ja, dann nimm schnell ein neues Fahrrad. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir treffen uns an der Straße. Okay, direkt sitzt. An der Straße. Ich warte da jetzt. Ja, jetzt geht's. Ich check das nicht. Ich weiß es auch nicht. Geht es jetzt nicht? Ne, egal, wir fahren jetzt einfach weg. Ne, egal. Ja, echt mal. Ja. Hättest du vernünftiges Fahrrad, dann wären wir auch gleich mal gehalten? So alle geheilt und dann, dann kann es losgehen? Lol. Ich verstehe das nicht. So, wir sollten alle geheilt sein, dann kann es hier eigentlich jetzt losgehen. Wir sind doch schon weg. Alter, ich bleibe nicht. Warte mal, jetzt hat er dasselbe nochmal, was er geschrieben hat. Ja, ja. Aber, sind doch schon alle weg? Ich muss, ich muss jetzt laufen. Ihr fahrt mal vor. Ach was? Ja, mein Fahrrad ist Schrott. Los kommen wir. Pass auf. Vielleicht holst du sie einfach nochmal an Rad. Aber wir sollten jetzt echt keine Zeit verschwenden. Wir sollten jetzt schon mal hinfahren und Waffen holen. Aber ich weiß, ich weiß nicht, wie ich zum Erden komme. Von mir aus kann es losgehen. Oh Gott. Mann, ey. Wenn da überhaupt keine Fahrräder sind. Ja, es ist halt schon loszugehen, ja. Ihr könnt alle losstoppen. Warte mal. Ich glaube, wir sind jetzt auf der... Doch, ich würde sagen, es geht los. Und somit geht's los. Es weiß keiner, was los geht richtig gut. Wir sind auf der Straße Richtung Rogowo sind wir jetzt. Das heißt, wir müssen... Okay, sehr gut. Oh fuck, doch, Alter. Ich renne jetzt einfach mal Richtung Süden. Oh, ich habe gute Waffen gefunden. Alter. Boah. Haben eine M16 gefunden, zwei Stück. Ja, meine. Wo bist du jetzt? Bist du bei der Baracke oder wo bist du jetzt? Hattest du schon ein Gewehr, Dennis? Ne, ich habe eine Pumpe gehabt. Aber hier ist noch eine. Noch ein Gewehr. Okay. Na, dann nimmst du eine mit und dann nimmt Flopner eine mit. Ja. Ja, wenn wir jetzt hier die Zombies los werden. Vielleicht... Oh, habe ich gerade einen Schuss gehört? Was, was, was für eine M16 hast denn du gefunden? Eine mit Granatwerfer und eine ganz normale. Oha. Hallo, der Abschied ist freigemogen. Oha. Okay. Okay. Mach denne, bitte. Soll ich die Saw vielleicht nehmen? Soll ich die Saw vielleicht nehmen? Soll ich eh jetzt hier bei mir? Ne. Wir sind noch... Also ich komme jetzt über das Lauf... Quatsch. Über die Landebahn zu dir gelaufen. Scheiße. Alter. Jetzt an der Baraktes... Oh nein, jetzt können die abknallen. Oho. Wir sind jetzt... Das war ja. Da ist jetzt einer bei dir oder das? Südlich an der Barakt oder? Ich höre Schüsse? Ja, ich schieße hier noch gerade. Okay. Ich überlege gerade, wie ich am besten rauskomme. Erweilig. Oh Gott. Wir müssen uns langsam... Habt ihr schon was zu vertrinken gefunden? Ey nein. Ne. Ich sterbe jetzt. Scheiße. Du stirbst? Ja. Alter. Nein. Auf besten Wege dabei. Nein. Wie viele sind denn da? Ja. Der neue DayZ-Beta-Patch. Äh, der DayZ-Patch. Puh. Ich bin raus. Es ist leer, ihr könnt kommen. Oh, lauf. Also ein bisschen Panik auf die Stadt bekommen. Dann eure... Keiner. Töte den. Schieß ihn tot, wenn er seiner ist. Ne, ne, warte mal. Ich höre nur Schritte. Warte mal. Also ich bin im Supermarkt. In der Schule. Okay, gut. Okay, okay. Ich glaube es war ein Zombie. Woah, halt. Ich habe M19-Magazine gefunden. Braucht ihr eine? Ne. Nimm mal mit, vielleicht liegt hier noch eine M19. Okay, Pan-Killer. Scheiße, also so viel... Ich habe 3 trinken und 2... Ne, 3 essen gefunden. Das reicht doch vollkommen aus. Reicht doch erstmal. Erstmal, ja. Aber ich glaube hier waren schon welche drin. Soll ich noch in die Schule kommen? Ja. Du kannst es machen, wenn du nicht grad 75 Zammys mitnimmst. Boah. Oh, hier ist ein Skin. Hast du... Hast du unten schon alles durchgesucht? Ja. Bei Camo-Closing. Ich sehe jetzt anders aus. Ja, ich habe jetzt Camo-Closing an. Äh. Wer hat hier gerade gestöhnt? Ja, das war meiner, weil ich uns gegen gewechselt habe. Okay, ich habe eine Flasche gefunden. Also ich bin jetzt in der mittleren Etage. Bei der Schule. Ich bin jetzt gleich ganz oben. Fuck. Ah. Scheiße. Okay, ich habe eine Flasche. Ich kann die auffüllen hier. Ist irgendwo im Grunde. Warte mal. Oh, das Ferngläser. Boah, ich habe ein Gelie. Aber geil. Warte mal. Warte mal. Scheiße, Alter. Okay, ich habe jetzt ein Gelie an. Ich habe noch ein Camo-Closing für einen von euch dann gleich. Oh, das ist aber echt scheiße irgendwie. Hey, wo bist du denn? Ich muss schon mal auseinanderhalten. Dein, wo bist du? Ich bin ganz oben. Okay. Wo ist das? Warte, ich lege aufm Boden. So, wir sollten jetzt aber nicht zu offen gehen, weil die könnten immer noch hier irgendwo wer reinläuft. Läuft. Ach, tschüss. Rechts, rechts, rechts. Von wo? Von rechts, also hinter uns. Rechts vor mir. Ja. Ich sehe aber nichts. Siehst du was? Ich lauf zurück. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Wo ist der? Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht tot. Scheiße. Ich liege irgendwo. Boah, ich hab so wenig Blut. Lass mich liegen. Lauft. Ich weiß, wie vorher ist. Nein, ich hab schon so viel Blut verloren. Nein, da nicht du, sondern der Gegner hat. So, ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n nicht. 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 Er ist gleich tot. Ich seh'n nicht. 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 Aufgeschossen. Der ist tot, glaub' ich. Ich muss tot sein. Ich renne jetzt weg. Bist du in die Richtung gerannt, wo wir hergekommen sind? Ja, ja, ich bin bei der Steinmauer. Stopp. jetzt bleib doch mal lebst du noch? lebst du noch? ja ich leb noch wie viel Blut hast du? scheiße 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 alter wisst du wie eng das wird? Zombies, Leute, Zombies sind beim Apartment auf dem Hügel ich hab ungefähr zwei Blut ja reicht doch Dennis wo bist du jetzt? ich bin bei der Steinmauer direkt ich renn zurück alter ich muss jetzt alles essen was ich habe geh zur Steinmauer, geh zur Steinmauer wieder und kämpf da irgendwo ich leg mich jetzt in den Wald da rein alter Vater ich seh kein Bluttropfen mehr ach alter mein Puls ich hab schon aufgegeben er gab auf und hat es geschafft alter echt ich hab keinen Blutropfen mehr, also kein Strich warte, das bist du du erkennst uns ja, wir sind Gileon und einmal so ein Camo-Typ da kommt ihr ja, sehr gut ich komm nicht, ich komm nicht, ich bin auch woanders Odin, mit wem war der denn oder O irgendwas? Odium, Odium, ich denk mal das war Odin er. U, mit wem war der zusammen? an ich glaube, Messi Nänge maßing nicht, der Mark und noch irgendeinen, glaube ich weiß ex nicht wo ist es denn gerade, ich höre dich es, ich sehe dich im Moment ach doch, du bist du am Bosch, es ist okay, gut getan, scheiß ey hast du noch Essen für mich? ich hab vier Alter, was am besten wäre, wenn wir einen Bloodpack kriegen, ey. Ja, ich versuch jetzt. Alter, mich muss bloß eine Fliegestreifen, ne? Jetzt bin ich tot. Ich bin nicht mehr bewusstlos. Oh, ich dachte schon, ich bin tot. Ich geh jetzt zu seiner Leiche und guck, ob der Bloodpack so da irgendwas hat. Lass, wir haben einen guten Spieler, der Arma-Reihe getötet. Aha, okay. Ey, ich sag doch, wir sind die Besten. Wie, wer ist denn gestorben? Ode, Junge. Ode, Junge? Alter, aus welcher Entfernung hat der mich dann mit Dally Enfield getroffen? Also, von wo kam? Wie weit war der denn weg? Der war nicht so weit weg, ne? Na, geht. Alter, der hat mit dem zweiten Schuss hat er mich gleich getroffen. Wir dürfen hier, wir müssen uns aber irgendwie bewegen, sonst werden wir den ja noch als Camper. Ich crouch hier durch den Wald, du zählst als Bewegung. Wir sind nämlich ziemlich genau an dieser Snipercamp-Mauer. Das könnten wir also schon ziemlich... Sag mal, ob das Team H im Hotel ist? Okay, weiter. Oh, 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 oh. Nein, ich bin tot. Ich bin auch tot. Scheiße. Nein, die sind direkt, weil geradeaus rechts in der Wand. Vielen Dank.